ARD Text im Auftrag von Funk Was soll das denn? Grazie! Wollen wir mal sehen, was in dir steckt. Das ist mein Wohnholz! Da hat sich mein Ast aber verändert. Ich genannte Pinocchio. Pinocchio! Pinocchio! Der aus Holz! Pinocchio! Ich krieg dich! Wer bist du? Mein Name ist Coco. Ich, 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 ich. Könnte es sein, dass du dir das alles ausgedacht hast? Nö. Kiechie, kiechie, kiechie! Esos heulen! Was? Willst du auch ins Wunderland bekommen? Ins einzigartige Paradies für Kinder. Tu's nicht! Bitte! Ich komm und werd! Habt ihr Pinocchio gesehen? Ja, ja. Pinocchio! Wieso hört mir dieser Ast eigentlich nie zu? Ich will auch nur noch zu Papa. Ich muss Pinocchio finden. Habt ihr einen alten Mann mit einem Hund gesehen? Papa! Pinocchio! Papa, 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 Papa! Könnten wir jetzt bitte mit dieser Rundreise aufhören? Versprochen! Es ist so wunderbar hier! Ja! Hahaha!